Fühlen sie sich oft müde oder kurzatmisch? Erwähnen deine Freunde, dass du sehr blass aussiehst? Wenn dies der Fall ist, leiden sie möglicherweise an Eisenmangel oder Eisenmangelanämie und müssen vorsichtig sein, da sie ihre Gesundheit gefährden. Im heutigen Video gehen wir auf sieben Anzeichen ein, die darauf hinweisen, dass ihr Körper Eisen benötigt, damit sie so schnell wie möglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen können. Eisen ist ein lebenswichtiges Mineral, das in unserem Körper eine unverzichtbare Rolle spielt. Es erleichtert vor allem den Sauerstofftransport im Blut, das ein wesentlicher Bestandteil von Hämoglobin ist, dem Protein in den roten Blutkörperchen, das Sauerstoff von der Lunge in alle Teile des Körpers transportiert. Ich hoffe, Sie, liebe Zuschauer, achten Sie genau auf die letzten Symptome, da diese möglicherweise unbemerkt bleiben und ihre volle Aufmerksamkeit verdienen. Schauen Sie sich das Video also bis zum Ende an. Erste Augenringe und niedriger Eisenspiegel Unter Augenringen Es ist wichtig zu beachten, dass Augenringe ein Zeichen für einen niedrigen Eisenspiegel im Körper sein können. Da sich Eisenmangel auf die Haut und die Augenpartie auswirkt und dunkle Ringe stärker sichtbar macht, dies ist auf einen verminderten Sauerstoffgehalt der Blutionen zurückzuführen, die eine wichtige Rolle bei der Produktion von Hämoglobin spielen, dem Protein, das für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlich ist, und zwar bei Eisenmangel, also der Menge an Sauerstoff, die das umliegende Gewebe erreicht, die Augen können abnehmen. Was zu einem dunkleren und eprimierenderen Den Augen Zweite eine der Hauptursachen für Haarausfall bei Männern und Frauen ist Eisenmangel. Eisenmangel führt zu einem deutlichen Rückgang des Sauerstoff- und Hämoglobinspiegels im Blut. Sauerstoff ist für die Zellbildung und die Reparatur von altem Gewebe notwendig, ebenso benötigen unsere Haarfollikel Hämoglobin, um neue Haare zu produzieren. Im Durchschnitt verliert unser Körper etwa 100 Haarsträhnen pro Tag, aber es gibt einen Haarwachstumszyklus, der diesen täglichen Haarausfall ausgleicht. Es ist nicht möglich, die erforderliche Menge an Haaren zu produzieren. Aufgrund von Eisenmangel kann es zu Haarausfall bei Männern oder Frauen kommen. Dritte. Trockene Haut und brüchige Nägel sind durch bestimmte Symptome gekennzeichnet, darunter Juckreiz, Schuppenbildung, ein stumpfes Erscheinungsbild der Haut, ein Spannungsgefühl, ein Brennen oder manchmal eine Empfindlichkeit. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Haut trockener als gewöhnlich ist, sollten Sie Ihre Haut untersuchen Eisenaufnahme. Da es ein wesentlicher Mineralstoff für die Erhaltung einer gesunden Haut ist, hilft es bei der Produktion von Kollagen, einem Protein, das die Elastizität und Feuchtigkeit der Haut verbessert und zu einem gesünderen Aussehen führt. Eisen spielt auch eine wichtige Rolle für die Gesundheit der Nägel, da es an der Produktion von essentiellem Keratin beteiligt ist, dem Protein, das für die Bildung von Nägeln benötigt wird. Bei einem Mangel an diesem Mineral kann die Keratinproduktion beeinträchtigt werden, was zu Veränderungen der Textur und des Nagels führt Stärke der Nägel. Vierte, wenn Sie das Gefühl haben, immer müde zu sein, egal wie viel Sie sich ausruhen, ist es an der Zeit, sich darüber im Klaren zu sein, dass Schwäche und Müdigkeit häufige Symptome von Eisenmangel sind, die aufgrund von Lebensstilgewohnheiten oft übersehen werden. In unserem geschäftigen Leben sind wir so daran gewöhnt, uns müde zu fühlen, dass wir es als einen normalen Teil des Lebens betrachten. Diese ständige Müdigkeit kann jedoch ein Zeichen für einen Mangel an sauerstofftragenden Ionen sein, was zu einer verminderten Sauerstoffversorgung Ihres Gewebes führt, was die Energie verbraucht, die wir haben dringend benötigt. Fünfte, das Gefühl kalter Hände und Füße selbst bei warmen Bedingungen kann mehr als nur ein unangenehmes Gefühl sein. Es kann auf zugrunde liegende Gesundheitsprobleme hinweisen, während extreme Kälte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein kann, die oft auf eine unzureichende Blutzirkulation hinweisen und den Körper instinktiv durchbluten lassen lebenswichtigen Organen wie Herz, Gehirn und Lunge Vorrang eingeräumt wird, teilweise auf Kosten der Extremitäten. Wenn Ihre Hände und Füße kalt bleiben oder ein Taubheitsgefühl auftreten, kann dies jedoch ein Hinweis auf Durchblutungsstörungen sein. Es kann auch auf eine Eisenmangelanämie hinweisen, und ein niedriger Blutspiegel beeinträchtigt den ordnungsgemäßen Sauerstofftransport in alle Körperteile. Sechste, viele Menschen leiden möglicherweise unter einem Schwindelanfall, bei dem sie sich unausgeglichen oder benommen fühlen. Aber Schwindel an sich ist keine Krankheit, sondern ein isoliertes Symptom oder ein Indikator für andere Gesundheitsprobleme. Und Eisenmangel kann eines davon sein. Bei niedrigen Hämoglobin und roten Blutkörperchen kommt es zu einer verminderten Sauerstoffzufuhr zu Geweben und Zellen, was den Fall einer Anämie kennzeichnet. Sauerstoffmangel in den Geweben, insbesondere im Gehirn, kann zu Schwindelgefühlen führen, da das Gehirn sehr empfindlich auf die Menge an Sauerstoff reagiert, die es erhält. Ein Mangel an diesem Element kann vorübergehend die Gehirnfunktionen beeinträchtigen und Schwindel verursachen. Siebte, ignorieren sie Geschmacksveränderungen nicht, da sie auf gesundheitliche Probleme hinweisen können, obwohl die Grundlage ein Mangel an Appetit sein kann, der auf einen Mangel an Ionen zurückzuführen ist. Es gibt eine andere, ungewöhnlichere Veränderung, die darauf hindeutet In diesem Fall kann es dazu kommen, dass die Betroffenen den Drang verspüren, ungewöhnliche Dinge zu kauen und zu essen, die von rohem Reis oder Eis bis hin zu Non-Food-Artikeln wie Stiftspitzen und Zweigen reichen können. Liebe Zuschauer, das heutige Video ist zu Ende. Wir sehen uns in einem kommenden Video. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Wohlstand.